Der große Vogel Stelle deine Füße hüftbreit auf. Mache einen weiten Ausfallschritt nach hinten. Strecke die Arme über den Kopf. Die Handflächen zeigen zueinander. Verlagere jetzt einfach das Gewicht auf den vorderen Fuß. Versuche den Oberkörper und das Bein in der Luft zu halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017